Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus unserer Serie zur Samsung Galaxy Watch 6 Classic bzw. Samsung Galaxy Watch 6 und um die geht es jetzt auch und zwar um eine besondere Funktion, die es in der Vergangenheit nicht gab. Wer sich wundert, warum die Armbände ab sind, da kommt ein Armbandvideo noch, deswegen sind die Armbände ab. Aber es soll jetzt gehen um diesen kleinen Sensor hier auf der Rückseite, denn der kann viel mehr mittlerweile, als man vielleicht denken mag. Denn grundsätzlich ist der Sensor ja für die Temperaturmessung der Haut da und das könnt ihr in Samsung Health auch einstellen, dass das entsprechend verarbeitet wird. Also hier zum Beispiel die Hauttemperatur im Schlaf messen lassen, das Ganze funktioniert auch. Ich habe das jetzt nachts einmal ausprobiert, gucken wir mal rein, dann seht ihr da auch, dass in der Schlafmessung, zu der es übrigens ein weiteres Video geben wird, das in der Schlafmessung und die war hier oben, genau, wo war sie jetzt, da ist sie, dass da auch die Hauttemperatur aufgezeichnet wird und das ist alles schön und gut. Ich persönlich weiß nicht so genau, wofür man das braucht, aber vielleicht kann mir das jemand von euch ja erklären, denn da ist die Hauttemperatur im Schlaf, man kann nicht mal draufklicken oder sowas. In der App könnt ihr noch den Verlauf sehen, das ist dann vielleicht noch ein bisschen interessanter, sage ich jetzt einfach mal. Aber das ist eigentlich nicht das, wofür wir jetzt diesen Temperatursensor nutzen wollen, denn in dieser Version, also sprich mit der Samsung Galaxy Watch 6, ist es so, dass ihr das tatsächlich als Thermometer verwenden könnt oder beziehungsweise als Ersatz für einen Thermometer. Und wie das funktioniert, schauen wir uns heute einmal an. Die Voraussetzung dafür, dass wir die Samsung Galaxy Watch 6 oder auch Watch 6 Classic nutzen können als Thermometer, ist die App ThermoCheck. Die ist von Samsung selber auch promotet worden, ich weiß gar nicht, sie scheint nicht von Samsung selber zu sein, ich weiß nicht, ob Patron jetzt irgendwie eine Tochterfirma von Samsung ist oder wie auch immer. Die App benötigt ihr auf jeden Fall, um die Uhr nachher verwenden zu können und zum einen habt ihr eine App auf dem Smartphone, die kann aber im Prinzip nicht viel, außer euch die Temperatur der letzten Messungen anzeigen und auch einen Verlauf der Messungen anzeigen. Also insofern ist die App auf dem Smartphone eher eingeschränkt, aber sie installiert auch eine Companion App auf der Watch und das ist viel wichtiger, denn das ist der eigentliche Thermometer, das eigentliche Thermometer oder der Temperatursensor oder macht vielmehr, am Ende muss man sagen, macht den Temperatursensor nutzbar, weil das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Den Out of the Box können wir das zumindest nach meinem Kenntnisstand und in der aktuellen Softwareversion nicht tun, wir brauchen diese App, um sozusagen einmal die Messung durchführen zu können und wie wir das tun, das zeige ich euch jetzt im Anschluss. So, dann gehen wir einmal auf die Watch und sehen hier unten jetzt dieses Symbol und das ist nämlich genau das, was wir suchen, die Temperaturmessung und bevor wir jetzt da reingehen, habe ich da tatsächlich noch einen kleinen Tipp für euch. Wenn diese App nicht sofort starten sollte, also sprich sie steht und es bleibt das App-Symbol bei euch auf dem Display, dann liegt das daran, dass die App nicht die Berechtigung für den Sensor hat. Bei mir hat sie die aus welchen Gründen auch immer auch nicht angefragt und ich musste die manuell vergeben und dazu geht ihr einfach, na, sorry, dazu geht ihr einfach hier in die Einstellung, dann in den Bereich Apps und dann geht ihr in den Berechtigungsmanager und sucht euch dann unten die Sensoren raus. So, scrollen wir mal ein bisschen runter, Sensoren, da sind sie, denn dafür müsst ihr die Berechtigung erteilen. Aus welchen Gründen auch immer, normalerweise fragt ja die App, wenn sie das erste Mal darauf zugreifen will, ob das, oder fragt quasi das System, ob es erlaubt ist. Bei mir war es bei ThermoCheck so, dass es nicht gefragt hat, aber es war auf nicht zugelassen, deswegen konnte die App auch nicht starten. Also, wenn ihr die App starten wollt und es funktioniert nicht, dann probiert bitte mal aus, ob quasi die Zulassung oder die Berechtigung für den Sensor vorhanden ist, denn dann sieht das Bild auch so aus wie hier bei mir und dann könnt ihr quasi die Temperaturmessung auch starten. So, jetzt aber genug des Vorgeplänkels, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Ihr habt hier die Möglichkeit, Einstellungen zu verwenden, wobei ihr da nur von Fahrenheit auf Celsius umstellen könnt und euch die Anleitung nochmal einblenden könnt, wenn ihr sie abgeschaltet habt. Ansonsten gibt es einmal eine Messung für feste Dinge und einmal eine Wassermessung. Die Wassermessung machen wir jetzt nicht separat, da zeige ich euch nur mal, wie es funktioniert. Ihr müsst die Uhr anbehalten, taucht dann mit der Uhr ins Wasser und messt dann quasi die Temperatur. Und dabei müsst ihr den Power-Saving-Mode, also den Energiespar-Modus und den Nacht-Modus abschalten. Wenn ihr jetzt hier auf Check geht, dann geht es quasi los. Das will ich euch jetzt aber nicht zeigen, weil das jetzt vielleicht ein bisschen weniger spannend ist. Spannender ist tatsächlich, sich jetzt einmal den Standard-Modus anzugucken, wo ihr quasi eure Uhr dann auf einen Gegenstand haltet und dann die Temperatur messt. Das könnt ihr einmalig tun oder aber durchgängig, also quasi um eine Veränderung auch messen zu können, keine Ahnung. An der Herdplatte zum Beispiel, auch wenn das vielleicht keiner machen würde. Ihr müsst hier am Anfang einmal das Material auswählen, wobei für mich das in den Tests jetzt auch keinen großen Unterschied zwischen den einzelnen Materialien gemacht hat, außer vielleicht Wasseroberfläche könnte noch einen Unterschied machen. Ihr müsst die Uhr dann abnehmen und mit dem Sensor auf die entsprechende Oberfläche halten. Und wenn ihr jetzt hier einmal auf Check geht, dann dauert es noch fünf Sekunden und wir messen jetzt einfach mal hier meine Haut und sehen, 29 Grad sind gemessen worden. So und jetzt misst er quasi nochmal nach, 30 Grad, jetzt messen wir mal die Hautinnenfläche, 32 Grad. Also ihr seht, die Temperatur wird da aufgenommen, wenn wir jetzt hier mal den Holz oder vielmehr den Tisch messen, 24 Grad, auch wenn das jetzt vielleicht nicht die Holzeinstellung ist. Aber wie gesagt, das macht, glaube ich, kaum einen Unterschied außer bei Wasser. So jetzt stoppen wir das Ganze mal. Das ist jetzt die durchgängige Messung. Wie gesagt, ihr könnt auch eine einmalige Messung starten, das zeige ich euch später nochmal. Oder beziehungsweise gucken wir uns vielleicht doch jetzt direkt mal an, dann macht es am meisten Sinn. Das überspringen wir hier mal alles. So jetzt nochmal hier reingehen, genau das gleiche Prinzip. Auch wieder die Messung. Und dann seht ihr hier einmalige Messung. Und jetzt passiert nichts mehr. Ihr könnt jetzt einmal auf das Haus gehen, kommt wieder auf den Startbildschirm. Oder ihr drückt jetzt einmal auf dieses Wiederaufnehmen-Symbol. Ich weiß nicht, wie heißt das? Wiederholen vielleicht. Ja, auf das Symbol. Dann könnt ihr auch noch eine zweite manuelle Messung machen. Also das ist so ein bisschen Geschmackssache, was da, oder beziehungsweise auch Anwendungszwecksache, wofür das am Ende sinnvoller ist. Ja, am Ende wollen wir natürlich jetzt sehen, was denn hier quasi die beste Möglichkeit ist. Ich habe in den Tests festgestellt, das Water Surface habe ich nicht getestet, aber alles andere hat nicht so viel Unterschied gemacht. Aber das werdet ihr jetzt sehen. So, wir schauen uns einmal die Genauigkeit an. Und dazu habe ich hier noch ein zweites Thermometer. Wie genau jetzt das andere Thermometer ist, ich kann es euch nicht sagen. Ja, wir gucken einfach mal, ob das ungefähr gleich ist oder ob es Unterschiede gibt. Wir testen als erstes mal mit der Hautinnenfläche. Da haben wir ja vorhin schon gesehen, die ist so ungefähr 32 Grad. Und dann auch einmal hier mit dem Thermometer Gegenprüfung. 32,9. Also da würde ich mal sagen, das ist ungefähr die gleiche Richtung. Aufs Grad genau wird die Uhr sowieso, glaube ich, nicht messen können. Wir gucken auch nochmal hier den Tisch. 23,2 Grad. Auch hier nochmal mit der Uhr die Gegenprobe. 23 Grad. Also ihr seht bei, ich sag mal, normalen bis leicht erwärmten Temperaturen passt es ganz gut. So, als nächstes habe ich einen Kühlakku rausgeholt, um mal auszuprobieren, wie das Ganze misst. Und hier gehen wir jetzt einmal auf Plastik, weil die Oberfläche ja Plastik ist. Ob das die richtige ist, ich weiß es gar nicht genau. Vielleicht wäre auch Basic besser. Keine Ahnung. Aus meiner Sicht ist es eine Plastikoberfläche, deswegen versuchen wir es mal mit Plastik. Und ihr seht hier, dass wir minus 9 Grad messen. Ich messe nochmal. Gucken wir mal, was da rauskommt. Plus 2. Das kann aus meiner Sicht nicht sein. Vielleicht habe ich irgendwie den Finger in der Nähe gehabt. Ich messe nochmal hier an der Seite. Low, okay. Also ich würde mal sagen, die minus 9 Grad waren am nächsten dran. Wir probieren es jetzt nochmal mit der Basic-Einstellung, ob das irgendeinen Unterschied macht. Gucken wir auch da nochmal. Vielleicht lag es ja daran, dass da die Plastik-Einstellung nicht die richtige ist, weil es eine feuchte Oberfläche ist. 1 Grad, okay. Das ist auch nicht die Temperatur, die das Ding hat. Das nochmal hier auf der Seite. Minus 3. Ja, ich mache noch ein drittes Mal und dann gucken wir mal, wie das andere Thermometer quasi die Temperatur einschätzt. Also ich würde fast sagen, die minus 9 Grad müssten am nächsten dran gewesen sein, weil der Kühlakku kommt gerade aus dem Kühlschrank. Und da sehen wir auch, die erste Messung war tatsächlich richtig. Warum die Messungen jetzt danach nicht so gut funktioniert haben, vielleicht lag es an meinem Finger, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall minus 9 Grad wäre richtig gewesen. So, noch eine mittlere Temperatur. Dazu eine Flasche direkt aus dem Kühlschrank. Gucken wir auch hier einmal, was rauskommt. Ich nehme einfach mal Basic in der Hoffnung, dass das der richtige oder die richtige Oberfläche ist für diese Papierumhüllung. Dieses Etikett 13 Grad. Kommt mir jetzt persönlich vielleicht fast ein bisschen warm vor, aber gucken wir gleich mal, was da rauskommt. Hier auch nochmal direkt auf dem Glas. Da sind es 12 Grad und noch ein drittes Mal, damit wir hier quasi auch drei Messungen mal gemacht haben. 11 Grad. Gut, weil wenn es jetzt pro Messung ein Grad weiter runter geht, dann bin ich mal gespannt. Wir nehmen jetzt nochmal Water Surface, weil es ja so ein bisschen feucht ist, die Oberfläche. Wobei ich glaube, dafür ist das nicht gedacht, sondern es ist tatsächlich für eine Wasseroberfläche gedacht, also eine richtige Oberfläche. Aber da seht ihr, das macht auch gar keinen Unterschied, misst auch 12 Grad. Jetzt gucken wir nochmal in der Gegenprobe mit dem Thermometer. Hier, wie viel Grad haben wir denn wirklich? 11 Grad, also ungefähr sind wir drauf. Und hier an der anderen Stelle 10,6, also auch ungefähr 11 Grad. Also roundabout hat es auch da gepasst, nicht ganz, aber fast. Ja, ihr habt gesehen, jetzt haben wir so ein bisschen getestet, wie das Ganze funktioniert. Und ihr könnt dann in der App auch die ganzen Messungen nochmal nachvollziehen. Ihr habt gesehen, dass die Temperaturunterschiede gerade bei den ganz niedrigen Temperaturen durchaus ein bisschen größer waren. Bei den normalen Temperaturen hat es aus meiner Sicht ganz gut gepasst. Man muss halt sich einfach darüber im Klaren sein, dass natürlich da eine Schwankungsbreite mit drin ist. Aber vom Grundsatz her finde ich es schon faszinierend, dass sowas jetzt in der Uhr möglich ist. Also insofern für mich auf jeden Fall ein positives Ding, was in der Watch 6 verbaut ist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.